Willkommen auf meinem Kanal, Marcel Duffes zu einem neuen Video Backshot Roulette zuerst mal Wir starten gleich Sollte ich es eigentlich nicht erwarten Okay, wir gehen mal direkt rein zu den Typen Die Musik ist aber stylisch, muss ich sagen So, die muss ich gleich mal runterstellen Please sign your wife Ja, ja Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Äh Ne, Marcel, komm, Hop Will Geld haben, na, Bibi, Bibi, Bibi Geh Erste Runde Back Zwei Patronen, zwei Blanker Jawoll Ich probiere mich zu knallen Weil das sind eine leere, zwei volle Natürlich treffe ich genau die vollen, ja sicher, ja Ja sicher, ja Aber der Vorteil ist, dadurch sind ja Warum, ich kriege doch jetzt die Wache nachher Ah ne, nur Ah ne, nur Ich bin von dir leer, jetzt kriegst du ja nur einen zweiten Versuch Kannst du also den ersten Versuch gerade jetzt gleich sterb Drei volle, zwei blanke, oh Nein, bitte nicht, komm, bitte Ähm Ähm Ich muss auf ihn schießen Lass ich jetzt, natürlich Muss das sein, natürlich Bin ich damit dann aufs Maul Natürlich Komm Jetzt bin ich da und jetzt sind beide weg Hä Hä Was Malerweise Klug werde ich jetzt gewonnen Weil jetzt mal so Es ist jetzt keine leere mehr drin Er hat tatsächlich die leere gegeben Es waren zwei leere drin Ich hab die erste genommen und die zweite Er hat jetzt weggeballert, okay Wenn er das machen möchte und sich selbst wegballern möchte Kein Problem Nehm ich hin Können wir mal drüber reden, was er da für Boxen da links stehen hat Zwei items, ja Move items before ever load Ja, ja, komm Ist gut, ja Ich hab, bringt irgendwelche Energie oder irgendwas Gucken jetzt mal, ist die leer Okay, ist die leere, passt Jetzt schieß ich ihn selbst ab Jetzt haben wir noch einen Schuss Jetzt können wir den mal abknallen Oh Oh Jawohl Jetzt so macht man das Anders bringt nicht das Bier Mach ich weiter an Das ist gut, ja Ich hör einfach, dass Gott auch da war, geil Gott war da, stark Zwei Zwei Kaputte Okay Und Und Hier Projekte Shotgun Ich muss halt so Ja Gut Vielleicht er wird sich jetzt Zigaretten gönnen Die Handschellen um das Doppelteil machen Sehr wahrscheinlich Lass mal kippen Lass mal kippen Lass mal kippen Lass mal kippen Hä Hä Ach stimmt, er hat zwei Runden gehabt Stimmt Hopp, ich kann sich ehrlich sch**s drauf Hö, hopp Ich hab nur Bier Komm Wohl zwei volle, eine mehrere Wohl zwei volle, eine mehrere Ich geb den Typen jetzt die Handschellen Ich geb den Typen jetzt die Handschellen, damit er mich zweimal schießen darf Ich vermute jetzt mal, dass die volle drin ist So ist es So ist es Jetzt haben wir den erst weg Ich wünsche, dass ich jetzt nochmal schießen darf Es sollte nochmal eine Gante drin sein, glaube ich Jawohl So Erste zweimal Handschellen Der kippe ich damit Wir kauen das komplett Aber Okay Du ich das aber Du ich das aber Du musst nicht auch leerer dabei sein Werden wir da einmal noch nicht fehlen Oh ne Ja hat er das Nein, er kann mir das abschneiden So Erst mal schauen wir ob wir die eine wechseln Eine volle Einmal noch, weil ich will halt, dass die volle wegkriegen Vielleicht steht die Chance 3 zu 1, dass wir treffen Jawohl Komm Hab ich auch gefühlt Jawohl Endgame Marcel Wins Dritte Runde Komm, let's go, hol mal den Sieg Okay Long Laced Away Der Und der Finale Shoutdown Ja, komm Ist okay, ich will Ist okay Das Okay Jetzt gemacht Ja So Looper Ja Zigaretten Looper Unchained Unchained Okay, das ist okay Das ist eine gute Kombi Ich weiß nicht, ich bin schon Wahnsinn Ja Jawohl, okay So, einmal wegknallt Woll Schauen wir erst machen wir jetzt Aber jetzt muss Leben zurück Ja, wer der meint Was machen Sie es Also machen Sie es Dem zurückholen Okay Eines Jetzt ist hier Ausglichen Zigaretten Bier Wasser So Oh komm Dann hat die zwei Teile Das ist halt Egal Drei Nee, oder? Ja Ne Ne Oh na Das ist So, mache ich mich selbst Das ist halt keine So, ja Passt, ja Jetzt machen wir es so Ich kriege jetzt erst mal das Dann schneide ich mir noch mal dieses Teil ab Weil das ist halt fix Ein Sturz mal fix Und wir sagen ja, er trifft Zwei Leben weg Das ist nachgewachsen, das passt So Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der Drohne war oder nicht Okay, will ich jetzt auf mich selbst tippen Ja Muss ich ihm noch mal einer mitgeben So Ist das richtig Er Er ist kein Bock Er macht mich jetzt komplett fertig Der Er ist ja auch schuldige Wahrheit ist ein guter Scholl von ihm Ich dachte mir, dass die letzte war leer Ne, uah, ach, jetzt war ich eben weg, hopp Sollte neue Sachen kommen, oder? Was ich weiß Wollen wir schon mal weg und neue Sachen Handschel, ja, Lupe Das ist ja auch eine gute Sparkel Drei, ok Niedertal oder eher Das ist mal bei der Nebenwirkung, würde ich sagen Richtig So Mal gucken, was ist da drin Oh, verpasst Jetzt geben wir mal die Handschel Und geben ihn den Schuss So Jetzt gucken wir nochmal mit den Handscheln drauf, ob wir den Schuss kriegen Jawohl Und eben weniger Dürfen wir jetzt nochmal oder erst? So, ich weiß gar nicht Are you ready? Yes, man Was heißt das jetzt? Warum sind die Leben bei ihm weg? Hallo Warum sind die denn deine Lieben weg? Das ist jetzt eine Frage, das mich interessiert Rotanscheln Wo geben die Rotanscheln? So Knall ihm ab Weg mit dem Sack War ich jetzt geworden? Hallo Da kann er leben Oh, jetzt kommt die Tiefkasse Hallo Oh, ich kriege Geld, 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 Geld Hallo Ich will Geld haben Oh, ich habe mal Erfolg bekommen Erzähl mir noch die Erfolge Auch ob Fand ich gut Kann man so machen Hiermit sehen wir uns dann In der nächsten Folge Freut mich, dass ihr da wart Und ich will sagen Danke fürs Zuschauen Liken, Abonnieren, Kommentieren Sowie Kritik teillassen Und gut kommentieren Wann ihr was geil findet beim Video Ich sage dann bis zum nächsten Mal Ciao, ciao